So, willkommen zurück beim zweiten Teil, oder auch die Revanche genannt. Ich habe das gerade ein bisschen verpennt. Scheiß drauf. Passt schon. Ja, ja, ich weiß. Na, Dirk macht das sowieso, also von daher. Ja, das stimmt. Ich weiß, wenn ich das schon höre, wie er eigentlich auch gut kommt. Oh, scheiß, die waren dann. So, mit O und ohne H. So, seit rechtem Freitag. Alter. Das ist ein Läufer, ey. Oh, shit. Ja, genau. Fuck. Boah. Das war knapp. Alter, wie Dirk mir die ganze Zeit hinterher kommen. Ja, ey. Oh, mein Gott. Dirk? Oh, nein. Ich habe mal abfluggemacht. Mh, kacke. Okay, der verdächtige Buller als Krimineller mit dem Straßenbahn boom, 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 palme, nicht. Das ist die Ziel. Topf. Mission. Riesel News. Lock. Dirk, enttäuscht mich nicht. Dirk, enttäuscht mich nicht. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, genau. Die haben einen Cochenbord. Dirk, was hast du vor? Nee, hast du einen erwischt? Nee, hast du nicht. Naja, so ist es. Komm besser. Scheiße, oh, scheiße. Das war knapp. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Auf jeden. Oh, Alter. Millimeter vorbei. Where, where, where? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Guck mal, bei Tobi. Oh, ja. Der hat Dirk gestorben. Nice. Oh, mein Gott. Dirk, du Noob. Nichts kann er. Ja, Tim. Na, sauber, ey. Sauber. Bargeld, 2000 Dollar. Dollar, Dollar. Oh. Oh, ho, ho, ho. Jonas, wir werden den Sieg nach Hause fliegen. Ja, auf jeden. Ich stürze wieder ab und du machst den Rest. Also gar nichts macht er, gar nichts. Ja doch, ich versuche mein Bestes. Aber dann will ich wieder zu viel, dann sterbe ich. So, erstmal schön den A-X-Knopf drücken. Ich glaube, diesmal nehme ich die Atomic. Bringt nicht mehr gut. Jonas, gleich Maschinen kann auspacken. Das gefällt mir. Oh, das bringt immer Glück, wenn ich das mache. Just patching this through. Here we go. Lighting them up. Dirk. Ey, gar nicht so dumm Dirk eigentlich. Nach. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war knapp. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich fall da genau rein, oh mein Gott. Wie genial. Oh mein Gott, wieder zugucken, ja sauber. Prost, Jörg. Hier, noch beim Armeeplatz. Ich weiß nicht, ob der sich da ein Auto holt oder ein Panzer oder irgendwas. Ein Helikopter, der sich holt. Tobi, kommt nix gebacken grad. Tschüss. Hallo, ich war fast dran, mein Freund. Oh, ich stütze ab, ich stütze ab. Ich stütze ab. Und tschüss. Habe ich drauf, Tobi, habe ich drauf, alles da, Mann. Oh, ich wusste es einfach. Oh mein Gott, das war knapp. Das sieht schon wieder geil aus, oder? Das sieht gut aus. Naja, naja, ja. Oh, ich guck dir, ich guck mal bei Jonas. Mal sehen, was da so rauskommt. So fein ist. Wenn er fertig ist mit dem Ladenabdick. Jonas hat grad langweilig. Jonas, du musst das schon so machen, dass du jetzt abstürzt. Oh mein Gott, Dirk ist auch im Jet. Ja, da liefert er sich ein Wettel mit Jonas. Wahrscheinlich. Ich guck mal lieber Jonas zu. Ich möchte sehen, wie er stirbt. Scheiß. Die waren drin. Jetzt, Dirk. sauber er brauchst du den jet herr hast du nicht so letzte runde ja jetzt entscheidend zwei runden gewinnt das schaffen wir denn richtig verlieren werden wir auch also das video wird schon mal gelöscht weil die revanche werden wir auch verlieren das ist nicht aber dann muss es noch eine revanche geben aber dann nicht mehr heute weil die ja nicht mehr können johann soll man den jet holen wo steht das war nicht und ich glaube genius komme ich hier irgendwo rausgefahren durch wo ist ein tor wo ist hier ein richtiges vor durch ich glaube das musst du alleine machen ich komme hier meine schwierigkeit ist schon darauf stunden leute aber wie sich das anhört hört es sich gut an hier gibt es kein ausgang ja du kommst doch nicht raus ey mein motorrad ist nicht mehr weiter gefahren ist doch scheiße jonas woher möchtest du wissen dass ich hier nicht rauskomme die idee war schon mal ziemlich gut von mir auch das ist ja jonas 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 ich wollte nicht mehr mehr einsteigen jetzt habe ich nichts gesehen Auf die Laterne gestürzt. Na okay. Oh, ein bisschen Cash wieder bekommen. Das freut uns. Ach, ist doch scheiße, Alter. Scheißen Dreck. So, jetzt verpist du dich alle. Halt im Maul. So, das war das letzte Mal. Mahlzeit. Gut, Leute. Dann tschau, ne? Tschüss. Tschüss.